Spagat-Tutorial in 5 Schritten Zuerst auf die Knie gehen und mach einen Schritt nach vorne. Der vordere Fuß bleibt gerade. Jetzt das ganze Körpergewicht nach vorne verlagern. Hier ist es sehr wichtig, dass wir den Schritt groß machen, also das Schienenbein bleibt gerade zum Boden. Als nächstes das vordere Bein durchstrecken und mit den Händen zum Boden gehen. Natürlich bleibt dabei das vordere Bein lang und der Rücken gerade. Die nächste Übung kennst du wahrscheinlich vom Schulsport. Halte dich mit einer Hand irgendwo fest und mit der anderen Hand den Fuß hinten festgreifen. Dann nehmen wir dicke Bücher, die gleich hoch sind, mit den Händen draufstürzen und das Bein lang nach vorne und jetzt langsam nach vorne rutschen. Dabei müssen wir aufpassen, dass der vordere Fuß sich nicht nach innen dreht, sondern gerade bleibt. Das hintere Bein darf sich auch nicht nach außen drehen, sondern wir müssen auf dem Knie bleiben. Und das vordere Bein lang halten. Halte da, wo es am meisten zieht und versuch mit der Zeit weiter runter zu rutschen. Viel Spaß!